Komm, Shin, Chang, Chang. NAAA! Komm. Gönn dir. AAAAAA! Wusstet ihr meine Freunde? Hier ist euer X7 Day Studio. Heute mal wieder mit zwei Gäste. Wir haben am Start... L... Nein, nochmal. Bruder, es bleibt drin. Wir haben hier am Start Leon. Und wir haben... Zack, wie es macht. Das richtig krass an dieser Challenge ist... Haltet euch fest... Es geht um ein bisschen Kohle. Komm mal, was wir fehlt. Es geht um... 15.000 Euro. Ja, Mann. 15 Mille. Ja, das finde ich cool. Und was wir heute machen werden, ist richtig krass. Denn wir haben hier... Schaut mal direkt an... Wir haben hier einige richtig eklige Getränke. Zwei, vier, sechs, acht, zehn... Oh, boah, Digga, mehr als ich dachte sogar. Die ekligsten Getränke, die ihr euch vorstellen könnt. Da drinnen sind aber noch richtig gute Getränke. Die werden wir jeweils trinken müssen. Aber, wie wird das funktionieren? Wir machen ein Spiel. Einer stellt sich hier hin. Hat diesen Deckel von Cola, der rot ist, ne? Da muss er halt so schnipsen, ne? So, dieses. So. Ups. Nur in einer kleinen bisschen cooleren Version, als ich es gemacht habe. Guck mal, der Junge ist da schon am Trinken. Voll Bock. Und der muss halt... Zum Beispiel, wenn ich werfe und ein Treffel, sagen wir hier rein, muss einer von den beiden das trinken. Ja? Wenn ich dran bin. Wer wird dann entschieden durch Schildsteinpapier? Aber, ich will euch erst mal erzählen, was da überhaupt drin ist. Wir haben hier, keine Ahnung, was das überhaupt war. Ich glaube, zwei normale Tränke, damit auch wieder was Gute ist. Hier haben wir Wurstwasser. Richtig mh. Barbecue-Soße. Mh. Das waren die Wachteleier, oder? Ja, genau. Zwei Wachteleier. Richtig Wachtel. Ich habe keine Ahnung, was genau das ist. Aber wird nice. Das war richtig eklig. Das ist Mozzarella. Diese Wasser mit Mozzarella. Richtig eklig. Gurkenwasser. Keine Ahnung, was das ist, um ehrlich zu sein. Ich weiß es nicht. Sieht aus wie Kotze. Ein normales Ei. Schön mit Eigelb drinnen. Rote Beete-Soße. Mh. Dann auch keine Ahnung, was das ist. Und das ist... Oh. Schlechte Red Bull-Fake. So. Dann würde ich sagen, kein Set für Ihnen dabei. Bevor wir beginnen, erstmal nicht vergessen, abonnieren mit den Klick auf den Abonnier-Warten. Dann klick auf die Glocke, um immer schnell mit Nachrichten zu werden, wenn ich ein neues Video hochladen, was hier auf diesem Kanal jeden Tag ist, Digga. Was willst du von mir? Jeden Tag, Digga. 15 Uhr. Hoffentlich. So. Und nicht vergessen, ihr könnt hier sehen, Digga, wie viele wir schon sind. So viele Abonnenten, Digga. Steigt immer schön. Immer schön abonnieren, falls du nicht abonniert hast. Dann wirst du auch ein Teil der YMG, der geilsten Gänge auf YouTube. Deswegen würde ich sagen, bevor wir aber jetzt beginnen, schon achtmal gesagt, erstmal Daumen hoch, Leute. Wie viele Daumen hoch schaffen wir? Was sagt ihr? 10.000. 30.000 Mini-Warten, Leute. Dann würde ich sagen, machen wir direkt die Mitte. Schafft mir es, 20.000 Likes zu bekommen bei diesem Video. Ihr habt jetzt fünf Sekunden Zeit, auf die Like-Warten zu drücken. Ich mache sogar schnell Sekunden. Okay, Boys. Seid ihr ready? Ich bin ready. Ich bin direkt ready. Es geht schon direkt los. Wenn du es nicht schaffst, das einzutreffen, ist direkt der nächste drin. Und... Ja! Ja! Du wolltest eigentlich treten, ne? Ja, aber ich jetzt werfen kann, weißt du? Ah, scheiße. Ich muss jetzt nicht trinken. Jungs, seid ihr bereit? Nur mal, Digga. Hau rein. Oh, knapp. Oh, willst du was? Ja! Oh, nein! Wir haben bekommen das Mozzarella-Süffwasser von Rewe. Das heißt, ihr beiden müsst jetzt schärische Befehl machen, wer es trinken muss. Oh, ich würde sagen, drei... Bis eins, nur? Nur bis eins. Eins, auf geht's. Schick, schick, schick! Ja! Ja! Ja, Digga, ja! Oh, nein! Der war freuig, überhaupt. Ja. Dann würde ich sagen, hier, ich nehme mal dieses Ding hier raus. Wow. Viel Spaß bei deinem Süffwasser. Das Ganze? Das Ganze musst du dir wegerdern. Okay. Okay. Lass mal nochmal riechen. Richtig. Schön Mozzarella-Süffi-Wasser. Auf geht's. Drei, zwei, eins. Gönn dir. Ja, Mann! Schmeckt? Oh, geil! Ich mag die schöne Shit-Stone. Seid ihr bereit, Jungs? Ja. Oh! Oh! Das war ganz knapp. Oh, ja! Geil Glück! So, direkt rein auf die Handsache. Holisch! 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 Nein! Ja! 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 Geil! Ey, das Ganze, ne? So wie ich gerade eben. Halt! Oh, Süff, Alter. Gurkenwasser, Alter. Boah! Du musst das Ganze hier trinken jetzt. Sag mal. Oh, ja! Boah! 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 Boah, Alter. Ich muss ja schon kotzen. Ich freu mich, dass das ganze Ekel jetzt schon weggeht. Alter, das ist 100 Prozent. Machst du viel, das geht. Seine Mann. Ich muss ja schon kotzen, Leute. Boah! Boah, das riecht aus. Ich hab ja auch gar nicht Geruch in meinen Dings in der Nase. Leute! Solche qualitativen Videos nur hier auf diesem Kanal nicht vergessen zu abonnieren. Ich weiß, ich kriegt das nicht runter. Doch, doch, doch. Komm jetzt. Weiß ich nicht. Er heult jetzt schon, Alter. Guck mal. Guck mal, was ist das hier? Okay, diese komplette Gurkenwasser. Oh, oh, oh! Gönn dir doch. Bruder, zieh durch jetzt. Komm. Gönn dir. Äh? Was war das denn? Du hast es nie mal geschluckt. Ey Leute, ihr müsst da kommentieren. Das geht nicht. Leute, schreib mal ganz gut mit dem Haar. Hat da gar nicht schummelt, Jana? Nein, für mich. Guck. Guck. Ich sag eben noch, er ist vorne am Heulen. Der heult echt. Der ist nicht mal hier irgendwo. Alter, echt jetzt? Da bin ich schon enttäuscht ein bisschen. So schön? Das ist echt schlimm, Bruder. Guck mal, guck mal, guck mal. Das ist eigentlich am Heulen echt. Das geht nicht. Das geht gar nicht. Aber ich hab nicht gesehen, dass da irgendwas drin ist. Ich auch nicht, aber weiter klar. Ja. Leute, ich hab echt ein kleines Problem. Und zwar, es geht hier um 15.000 Euro. Ihr müsst entscheiden. Eigentlich ist er jetzt raus, oder nicht? Eigentlich schon. Eigentlich ja. Aber ihr habt es versucht. Ihr habt gesehen, er hat wirklich sein Training kam direkt. Er hat es wenigstens versucht. Deswegen schreibt mal in die Kommentare. Zählt es ja oder nein? Ich kann echt sagen, er hat es versucht. Sollen wir eigentlich so wenig sein, drinnen lassen? Ja, komm. Er wird eh nicht treffen jetzt. Scheiße, ich hab gehofft, er sagt nein. Und dann ist er raus. Okay, geil. Ja, dann mach mal. Du bist jetzt dran. Oh. Boah. Ich hätte richtig Bock auf Wurstwasser irgendwie. Ja, kein Problem. Alles okay bei dir? Er ist nervös. Es kann doch nicht sein. Immer der easy. Ich geh gleich ein bisschen nach links. Oh. Scheiße. Der war echt eklig. Vorbei, vorbei. Die Wachtel-Eier. Zwei. Von da nach da. Ich hab gar nicht gesehen, was passiert ist. Für mich war es so Matrix-mäßig. Weißt du, wo da irgendwie so fliegt? Jungs. Darf ich euch vorstellen? Zwei Wachtel-Eier. Oh, da hast du genau... Äh. Jaja, das ist eine Schale. Nein, nein, das ist keine Schale. Das ist nämlich ein befruchtetes Wachtel-Eier. Da ist ein bisschen Blut noch. Weil das Embryo grad schon in der Verarbeitung war. Oh, der hat voll Bock, dass du hörst. Jungs. Ihr beide, ne? Guck mal. Okay, wir gehen. Okay, warte. Drei, zwei, eins. Vielen Dank. NAH! Kann doch nicht sein, Digga. Okay, ich muss jetzt meine Fresse halten und ruhig sein. Boah, nee, Jungs. Ich bin jetzt ein Typ, das ist hier durch, weißt du oder so? Nicht wie andere. Ja, zeig mal. Dann bin ich mal gespannt. Boah, ich muss echt die Nase zuhalten. Ääääh. Oh! Hier, guck mal. Wie kann man so schnell rumruhen? Was ist denn da los? Wie kannst du das so schnell rumruhen? Hä? Hä? Wie kannst du das so schnell rumruhen? Was ist denn da los, Digga? Wieso? Ihr seid auf voll die Kursi nur und wein dir halt, der? Sobald ich komme, reden so. Der Pro, wir machen neue Regeln, Pro einmal nachtreten minus 1000 Euro. Oh, okay. Nicht übertrieben. 500 minus. Es wird jetzt einfacher zu treffen, weil die halt so nah aneinander stehen. Logik, oder? Kommt, sagt er, los. Ey, irgendwie ist echt ein bisschen unfair für dich, ne? Eindeutig schon so, sind wir schon getrunken, ist das wie das? Kann man ja nichts machen. Ja, passiert. War nicht geplant. Oh, okay, das ist ein guter. Was ist denn das? Da ist Wasser drin mit irgendwie so... Das sind kleine Sternchen, guck doch mal. Ist das so süß? Sing, Chang, Chang. Hä? Was machst du denn? Alles schlucker, Digga. Disqualifiziert. Ey, das ist mir getrieben jetzt. Der wusste ja nicht. Jetzt schummelt er, jetzt weißt du doch, was ich haben wollte. Schere, Stein, Papier. Komm mit allem schlucker. Aber was überrasst du? Disqualifiziert. Okay, komm nochmal. Ready? Komm. Sing, Chang, Chang. Digga, du hast dich richtig verarschen lassen gerade. Ja, warum mach ich das überhaupt? Ja, wer hätte gesagt, dass du weiterspielen musst gerade? Das kann man nicht trinken, Jungs. Na, trink nur einen Schluck. Lass doch mal einen Schluck reinstecken. Da sind Sterne drin, ey. Ja, und? Keiner weiß, woher die kommen. Die kommen vom Himmel. Ja, muss nicht alles, nur ein bisschen. Nur einen Schluck, Digga. Aber wenigstens ein paar Sterne müssen sein. Was ist denn das da unten überhaupt? Das sind diese Bälle. Für Kuchen, diese Deko. Ah, Deko. Ja. Ja. Das hatte ich gar nicht gefühlt, als ob da ein Haar mit drin eingekommen ist. Ah, ja, das ist von... Ja. Da habe ich vergessen zu erwähnen. Da war noch was. Wie willst du denn? Wer bin ich? Diese Eier haben mir gerade zu viel Kraft gegeben, weißt du? Ja, Mann! Die 10.000 Euro Frage. Wer wird Schereinsteinpapier gewinnen? Ich kann nicht trinken, weil ich... Trinken, ich kann nicht. Soll ich den Statistiken glauben, was Männer bei Schereinsteinpapier immer nehmen, oder nicht? Das ist die Frage. Das ist die Frage, weil wenn ich das jetzt höre, dann weiß ich, dass du mich vielleicht irgendwie verarschen willst. Deswegen, ich mach einfach irgendwas. Guck mal, das Ding ist bei Schereinsteinpapier, ich denk, du machst das. Aber ich weiß, dass du denkst, dass ich weiß, dass du das machst und ich dich verarsche. Aber vielleicht weißt du, dass ich dich verarschen will. Verstehst du? Oh, was soll ich denn jetzt machen, Digga? Komm. Oh, ja, Mann! Aber er hat ja schon verdient, weil er voll nicht gewonnen hat. Er hat verdient, Digga. Und das Gute ist, ich kann Barbecue-Soße gar nicht. Ich hätte wirklich direkt gekotzt. Safe Sache. Oh, ich hab richtig gehört, wie es runter geht. Ich will 500 Euro weniger. Alles klar. Scheng, scheng, schong. Scheng, scheng, schong. Ja! Ja! Ja, Mann, Glück, ja, Glück, ja. Ich kann keine Woche mehr auf die Saiga. Das war schon schlimm. Lass dich mal noch größer. Komm. Okay. Glaub' an nicht. Glaub' an einfach, ganz schnell. Können die. Ja, genau so. Jetzt ganz ruhig. Soll ich das machen? Okay. What the hell, Digga? Weißt du, wie eklig die Konsistenz ist? Alles klar, das läuft bei ihm so. 5.000 Euro gehen gar nicht so. Das scheint echt das Problem, aber warte mal. Ich will ja nicht so sein, aber ich glaube, wir müssen nicht echt rauskicken. Ja, der ist echt vorbei. Das ist schon das zweite Mal. Zweite Chance. Du bist hiermit leider raus. Wir können da, das geht nicht, Digga. Ja, okay. Dann mach ich bis zum Jury, okay? Dann mach Jury, weil so geht das leider nicht. Das spielt bis jetzt. Kommentieren alle. Ja, weil jetzt wird echt so dieses so. Ja, okay. So, wir machen es auf jeden Fall so. Ich stelle schon Papier. Derjenige verlieren muss es trinken. Das heißt, das als erstes, zweites, ne. Erstes, zweites, drittes. I am the one the way, Tan. Lass du direkt einfach Gas gehen. Ja, okay, komm. Okay. Ding, Chang, Chong. Chang, Chong. Chang, Chong. Ding, Chang, Chong. Was war da los? Ding, Chang, Chong. Hä? Du bist doch was da los. Es geht um Wursthaus. Ja, deswegen, ja. Okay. Ding, Chang, Chong. Hä? Hä? Was passiert dir gerade, Digga? War nicht geplant, Leute. What? Okay, klar. Ich sag mal so schön, zwei Nummer ein Gedanke. Zack, aber... Ja! 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 Ach du Scheiße. Wurstwasser für Simon Desu? Hier. Boah, Alter. Der ist hier. 500 Euro ab. Wo ist das drin? Gerade ich hab mit so'n Wurst essen, ne? So, ich muss mir das schon mal vorbereiten, dass ich mir direkt was trinke. Oh, er zieht durch. Er hat durchgezogen. Oh, lecker! Der Nachgeschmack ist sehr würstlich. Aber ich würse... Oh, aber das ist eklig. Ich muss echt sagen, stabil, Simon. Digga, das geht um 15 Milliliter, Bruder. Was soll ich machen? Bei manchen läuft ja an den Chang. Bei manchen läuft ja so gut. Da kam schon Tesla und Rolex. Ja, das stimmt. Scheng, Chang, Chang. Oh, F mein Leben. Das zweite war das hier. Nein, 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 nein. Das zweite war das hier. Nein, 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 nein. Das zweite war das. Das war echt das. Ja, okay, komm. Was ist das überhaupt? Das ist, denkst du, Grünkohl? Klöwe. Ja, wir haben irgendeine Pflanze von dem Mixer reingeschmissen. Da ist ein bisschen Zucker mit drin. Auch gut. Ja, deswegen wollte ich auch nicht, dass du es trinkst. Deswegen wollte ich, dass du das trinkst. Wer gewinnt die 15.000 Euro, Leute? Die 15.000 Euro. Jetzt geht es um die Wurst. Komm. Ja. Diese hier. Scheng, Chang, Chang. Nein! Nein! Dann würde ich sagen, 15.000 Euro für mich. Aber ich muss ja gar nicht mehr trinken. Du musst, Jäger. Du musst, weil das ist so ein Mann ein Wort. So diese... Oh, Mann. Gönn dir, Bruder, gönn dir. Gönn dir mir die Woche heute. Schön mit der Rote Bete. Oh! Wow! Lasse, du baust hier 500 Euro. Ich denke, ich krieg dir doch eh die. Ich hab die. Jetzt, Lickerei. So, ich würde sagen, ich hoffe, dass es wieder euch gefallen. Auch wenn es wahrscheinlich ein bisschen lang war. Hast du... Schmochtest du? Nee, mochte ich nicht. Und hat es dir gefallen? Ja, ich hab ein bisschen Protein bekommen, ne? Für mich? Ich musste einfach so einen ekligen Brottswasser trinken. Aber wir sehen uns zum nächsten Mal. Ich glaube, ich gehe erstmal eine Runde kotzen. Oh, drei Leute. Peace. Daumen hoch nicht vergessen. Abonnieren. Ja. Ja. Ja.